So, einmal reload und weiter geht's im Spiel. Ähm... Von allem mal 1 gecraftet, damit ich ein bisschen... ...Auswahl habe. Ach komm, diese Steuerung ist ein Albtraum hier. Okay, für einen Blackout brauche ich 2. Das ist eine leise Kanone. Hier muss ich noch... Mal gucken. Irgendwas muss ich da noch... Uh, 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 weg damit. Also... Wo sind wir? Gehen wir mal hier... ...diesen CTOS Tower mal... ...hacken. Ich habe sie in deinem Kloszett. In deinem Kloszett. Und ich habe gesagt, dass sie sie wegzüren. Ich habe gesagt, dass sie sie wegzüren. Ich habe gesagt, dass sie sie wegzüren. Und zurück in die Kloszettung. Und geben sie zu deinen Lieben. Oder was du willst mit ihnen. Weil ich kann nicht den Mann, den ich mit leben habe... Nein, nicht! Ich weiß, wie viel das ist. Komm schon! Nein, ich habe genug. Gehen wir raus. Gehen wir raus. Ich will dich wieder sehen. Was? Ja, gut. Ich gehe mit dir. Du hast mich gehört? Wir wohnen in einem... Das gibt's keine Geschenke. So, kann man hier irgendwo... Wo ist der Check-in? Ach, hier. Woh! 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 Was passiert denn jetzt? So. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott! Hold it together! Hey! Hey asshole! Hey! Oh, okay. See, see, see? Uh huh. Nein, real nice. So, in welche Richtung muss ich? Der war doch eben noch hier. Ach, wenn ich dieses Online-Hacking anhabe, dann... Ach, so ein Scheiß. Dann gehen meine... Meine eigenen Points of Interests verloren und meine Mission im Spiel wird angehalten. Das ist ja doof. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber dann... Machen wir mal weiter. Ah, Bloom-Agents, okay. Äh, wo dahinten? Welcher war das denn? Hey, girl, what's up? That's my bad. Wo ist denn dieses Riesending? Okay. 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 So... So... Dann... Dann... Machen... Kameras... So, da muss ich... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schopf, was gibt es hier? Oh, ATM. Könnte man auch mal wieder besuchen. Für die meisten, aber einige Arschlusser gibt es einen schweren Moment. Menschen wie das sind überall. Sie ignorieren die Scheiße. Manchmal, ich liebe es einfach die Scheiße aus ihnen. Rassistige Scheiße. Ich versuche es zu verkaufen, aber es ist nicht das. Lass einen und du siehst. Steig dich. Deine Eltern. Sie dürfen weitergehen. Oh, was das lebt, ist das laute. Ja, laps so mit der Schleitung. Rats her. Ist ja auf jeden Fall für die declive. Sie kommen wieder auf jeden Fall. Aber sind sie? Nein. Ich habe die Schlange gefeiert. Sie sind nicht zu gehen. Ich habe mich etwas deutlich gemacht. Ich meine sage, dass du ihn nicht erwähnt hast. Sie sind! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hey, du fühlst dich gut über dich. Hey, du bist so nett. Hey, du bist so nett. Sorry, pal. This is the place. This guy is going to act. He'll be nearby. Ugh. Mitten rein gerannt. So, dann... Gehen wir doch den nächsten Tower an. Fußlaufen ist sehr lukrativ. ... 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 Don't give a fuck. I'm done with all this shit. Fuck it, fuck everything. Hookers, strippers, and blow for me here on out. Blow? Since when did you start to... Get out of my head! What are you talking about? You must be... Don't task me, motherfucker. I win... ...for 3, 2, 1... ...for 3... ...the 1... ...the greater value of your enemy. Oh, what a better call. develops... For 4, 2... ...of 4... Hey. 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 Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 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 Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Nein, bitte! Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Genau. Wieder eins. Erfolgreich abgeschlossen. So, jetzt probieren wir das mal mit Kameras. Ich glaube, ich muss erst in die... tatsächlich in die Nähe von diesem Kreis gehen. Ich bin nicht sicher. Yo, I got a message for you, from... Man, you better back the fuck up. I don't know what to say, thank you. Hm, wieder ein... Oh, ein Skillpoint wieder zum Verteilen. Was nehmen wir? Ich hänge gern, so. Oh, lieber Himmel, ich glaub, Geldprobleme hat man in dem Spiel ab hier jetzt nicht mehr. Na, doch, es geht schon los. Man kann Fahrzeuge freischalten. Ist das einmalig, oder? Ah, okay. Aha. Schön, schön kann man hier viele verschiedene... Fahrzeuge freischalten, das macht ja richtig Spaß. Jetzt würde ich gern den Magnate mal fahren. Oh, nee. So. Ach, da steht ja mein Auto schon. Oh, die Musik passt auch grad irgendwie dazu. Frage mich bitte nicht, warum, aber... So, wir wollten die Türme... Oh, da ist noch ein... Alert, da ist noch ein Alert. Machen wir den hier und an den Turm, so. So. So, ich fahr natürlich mal wieder in die falsche Richtung. Oh. So. Oh. So. 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 So I'm really close now I need to find this guy Oh So 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 Wir wollten zum Turm So 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 Wunderbar. District content. Das ist noch ein Hideout. Da ist ein CityOS, da bin ich auch nicht connected, müsste das Ding hier angehen, hier sind zwei Türme noch, drei und noch ein CityOS. Ja, das hört sich doch interessant an, dann schalten wir doch erst mal dieses CityOS frei. So, bzw. wir machen das hier zuerst, diesen Crime hier, da wir nicht so weit reisen wollen, dann gibt es wieder einen Fast Travel ins Motel. Ja. Ja. Ja, das ist nett. Nimm mal das Ding mal. Ups. Was ist denn mit dem Wegpunkt passiert? Den hatte ich doch eben noch. Ach, der ist beim Reisen wohl zurückgesetzt worden, beim Quick Travel. Was ist denn mit dem Wegpunkt passiert? Was ist denn mit dem Wegpunkt passiert? Wo ist denn der... Was ist denn mit dem Wegpunkt passiert? ... und rechstetze. ... und rechstetze. Hey! Das ist gut! Watch es, Schiff. Hey! Oh, wunderbar. So, jetzt aber das Ding, beziehungsweise kommt man da auch mit der Bahn hin, ne, die Bahn ist doch hier. So, der Train, bis dahin passt. Ah, bleib stehen, Mist. Mist. Now, just a bunch of questions, like, do you feel bad when you take advantage of someone to get ahead? What kind of stupid-ass question is that? Only a pussy would say yes to that. Doors closing. We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Yeah, I got, um, excited when it was leaning over me to get the back teeth. No! You dog. You don't understand how it works. You don't have any concern over friction. Uh-huh. And if the hygienist had been a man? Well, that's different. If it's a man and there's friction, it retreats. You don't have to. Oh, okay. Yeah, that's different. You need to be logged in. Ich Stan, goin. I rabier, �stre St предschied. No one way. I paw on it. Okay. decimal about theaving Mädels. Well, let's try that to keep this too quick. Kann man sich hier eigentlich setzen? Ah, fast travel gibt es hier. Okay. Ah, cool. So geht das also. Wo geht es denn hier runter? Bin ich gerade völlig verwirrt. Oh, da. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017